Die Filmfestspiele in Cannes feiern gerade 40 Jahre Grease mit einer Sondervorführung und John Travolta als Ehrengast. Das hat uns auf die Idee zu einem Travolta-Special und einer nicht ganz ernst gemeinten Top 5 gebracht. Los geht's! Sein bescheidenes Debüt gibt Travolta in dem Horrorfilm Nachts, wenn die Leichen schreien. Augen auf, hier ist er, John Travolta, oder das, was nach dem sauren Regen noch von ihm übrig ist. Zum Glück brechen für den Schauspieler Mitte der 70er bessere Zeiten an. Zunächst als Nancy Allens Lover in Brian De Palmers Carrie, des Satans jüngste Tochter. 1977 überstürzen sich die Ereignisse mit Saturday Night Fever. John Travolta als König der Föhnwelle und der Panzerkette. Vor allem aber als König der Tanzfläche und Auslöser eines neuen Kults. Diesen setzt ein Jahr später der Erfolg von Grease fort, indem er mit Olivia Newton-John ein legendäres Duo bildet. Mehr künstlerischen Anspruch hat Blowout, der totlöscht alle Spuren von Brian De Palma. John Travolta nimmt auf, hört ab, schneidet, spult, synchronisiert und findet das hier. Großartig. Blowout ist der vorläufige Höhepunkt von Travolta's Karriere und hätte ihm gute Kritiken und Oscars bescheren können. Aber De Palmers Film floppt beim Publikum und die Maschinerie gerät ins Stocken. Staying Alive, die Fortsetzung von Saturday Night Fever, will nicht so recht überzeugen. Genauso wenig wie der gar nicht so üble Perfect mit Jamie Lee Curtis. Für Travolta folgt eine fast zehn Jahre lange Durststrecke. Erst 1994 stellt sich mit Quentin Tarantinos Pulp Fiction und einer berühmten Tanzszene mit Uma Thurman der Kultfaktor wieder ein. John Travolta bekommt nun wieder interessante Rollen angeboten. Zum Beispiel von John Woo für Im Körper des Feindes mit Nicolas Cage. Oder von Nick Cassavetes, der John Travolta in Alles aus Liebe als biederen Familienvater mit Robin Wright als Ehefrau besetzt. Schräge Auftritte gibt es aber auch, hier in Old Dogs, Daddy oder Deal mit Robin Williams. Im Laufe seiner Karriere, die einer Achterbahnfahrt gleicht, hat der Schauspieler ein gewisses Talent oder Gespür für schlimme Looks entwickelt, was uns ziemlich gut gefällt. In den vergangenen 40 Jahren hat sich John Travolta mal als Biker mit Bandana gezeigt, in Born to be Wild, saumässig unterwegs. Mal als weisshaariger Literaturprofessor an der Seite von Scarlett Johansson, in Love Song für Bobby Long. Sehr kleidsam ist aber auch dieser Schnauze in Terrence Malick's Der schmale Grat. Oder dieses Ziegenbärtchen in Passwort Swordfish. Aber auch dieses üppigere Bartmodell als Bosnien-Veteran in Killing Season. Oder dieser Spitzbart samt Ohrringen und rasiertem Schädel in From Paris with Love. Bei so vielen haarigen Eskapaden haben wir uns ein Ranking überlegt, das sich gewaschen hat. Komm her, Baby, ein Schuss. Hier kommt also unsere traditionelle und völlig subjektive Top 5 der schlimmsten Looks von John Travolta. Jedenfalls für uns. Unsere Nummer 5. Staying Alive. Sylvester Stallones eigenwilliges Sequel von Saturday Night Fever haben wir bei Blow Up schon oft erwähnt, aber diese szenische Darstellung der dritten Art noch nie in voller Länge gezeigt. Zeitlupe, Stroboskopeffekte, Blitze, Karateeinlagen, Bandana und Ländenschutz inklusive. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Unsere Nummer 4. Battlefield Earth – Kampf um die Erde von Roger Christian. Nach der Romanvorlage von Scientology-Gründer L. Ron Hubbard. Im Jahr 3000 ist die Menschheit vom Aussterben bedroht und John Travolta spielst den Boss der Cyclos, einen Fiesling mit unbeschreiblichem Look. Wer ist die Verantwortung, dass dieses Mann-Animal unbeschreiblich umgekehrt ist? Das Mann-Animal schraubt den Wrangler, Sir. Ich bin ein bisschen geimpft für Zeit. Warum schrauben Sie die Gehörungen für später? Nein, keine Gehörungen, Sir, ich versuche. Unsere Nummer 3. John Travolta's schräge Looks dienen oft der Ernsthaftigkeit seiner Figuren, aber nicht immer. So wie am Ende des dritten Austin Powers mit seinem Auftritt als Goldständer. Inbegriff der Poesie und des guten Geschmacks. Goldmember? You're under arrest, Sugar. Hey, Ash-Holes! Do I have time for an Ash-Smoke and a Pancake? Or what? I am from Holland. Isn't that weird? I'm sorry, my dog feels wearing off. But come on! Etwas später geht Mama Travolta dann mit ihrem Töchterlein auf große Shopping-Tour. What about shopping? Hey Tracy, hey Baby, look at me. I'm the cutest chicky that you ever did see. Hey Tracy, hey Baby, look at us. Where is there a team that's happening? Fabulous! I let go, go, go of the past now. Say hello to this red carpet ride. Yes, I know that the world's spinning fast now. Tell old Regida to step aside. Your mama'susto for the sixty-deans. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. You're right, you're right, you're right, you're right. In the sixteen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Uh, oh, 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 oh. Oh, in the dark, where the blij were at God is a target among you? Und schließlich unsere Nummer 1. Wir wollten diese Top 5 möglichst kultig beenden. Hier kommt deshalb Quentin Tarantinos Pulp Fiction mit John Travolta und Samuel L. Jackson im legeren Freizeitdress. Cooler geht's nicht. Musik Musik